Ach komm, Loki, was ist denn mit dir? Bambusleitung oder was? Wo sind die fürn Urwaldschungel da? Das ist sicher so ein... ...Neuankömmling. Hm? Das ist sicher so ein Schnitzel mit Migrationshintergrund. Schnitzel. Keine Leute mehr da. Ah, die haben Angst. Wahrscheinlich, so wird's aussehen. Entschuldigung. Das sieht ja auch lustig aus. Kumbakarana. Ne, Kumbakarana. Kumbakana. So, Kumbakana. Kumbakana, Kumbakana. Cool, die gibt's auch in einem Outfit, wo er einen Schlafanzug anhat. Wo er so ein Onesie anhat, oder was das ist. Und als Yeti. Was? Animes in Lovecline. Es gibt den Sun Wukong, der sieht aus wie ein Sipf-Lord. Okay. Ich will eigentlich einen anderen suchen. Ich hab grad eben so einen Bruce-Lee-Verschnitt gesehen bei mir, äh, in dieser Anführungsanimation. Aber wie könnte das sein? Hm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Bruce-Lee-Verschnitt? Bruce-Lee, Bruce-Lee, wird ja auch irgendwie so. Ne, das ist ein Tuss. Was ist ja heute los hier? Keine Ahnung, zu spielen, oder was? Ja, die haben Angst. Bruce-Lee. Ah, jetzt. Jetzt lief der eine Dik-Divatschlange. Oh, ich weiß nicht. So, den wollte ich. Ah, ich nehme jetzt mal den anderen Typen da. Oh, jetzt doch, okay. Eine fette Fressung da. Dann haben wir dieses Mal einen Tank. Ich weiß nicht, ob der Tank ist, doch Beschützer, ne? Doch, Beschützer, Beschützer sind Tanks, oder? Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil du kannst ja bestimmt... Was Xenct-Yang, was Xenct-Yang erhält, äh, blablabla, erhält jedes Mal, wenn er einen Gegner mit seiner, mit einer Fertigkeit trifft, schwelende Wutstapel. Für jeden Wutstapel erhält Xenct-Yang 5 HP, 18 Sekunden, maximale Stapel 12. Ja, du hast, du hast schon krasse, äh, Dings, Gesundheit. Nein, warum... Was, wen, wen ist denn der jetzt? Okay. Bin mal gespannt. Was ist denn noch? Was... Nee, schon gut. Nee, du hast, du hast ziemlich viel, äh, Leben schon, von Anfang an. Echt? Habe ich das? 495 plus 90, das heißt, du hast fast, fast 600, also bei 580 bist du 585. Ja, habt ihr doch auch alle fast 460. Ja, gut. Trotzdem bist du... Ach, das ist der Sperrtyp, den du hast. Der kann so eine Sperrsalbe feuern. Was ist mit dem? Season 2 Smite Pro League, willst du mich verarschen? So spielen wir dir gegen so einen Imba-Typen. Ja, genau. Ja, haben wir wieder verloren wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja gut, aber das nützt auch dem besten Bro-Typen nichts, wenn das Team kacke ist. Nääääää. Aber was ist denn das für ein Matchmaking, wenn wir gegen so einen Typen spielen? Weiß ich nicht, wir sind ja gar kein Ranked. Wir können ja gar kein Ranked. Wir müssen ja erst Stufe 30 sein, bevor wir Ranked machen können, was auch irgendwie ein bisschen doof ist. Ja, aber trotzdem muss es ja davor auch ein Matchmaking geben, oder? Ach komm, Loki, was ist denn mit dir? Bombusleitung oder was? Wo sind die für einen U-Wald-Dschungel da? Das ist sicher so ein Neuankömmling. Hm? Das ist sicher so ein Schnitzel mit Migrationshintergrund. Schnitzel mit Migrationshintergrund. So, was muss ich denn hier machen? Okay, also mit meiner R1 kann ich hier... jemanden slowen, mit meiner 2 kann ich jemanden... Ja, mach ich das. Genau, kann ich sie stun und mit meiner 3 kann ich zusammen springen. Wie kannst du das aufrufen, dieses Menü? Mit Alt gedrückt und dann kannst du... Hast du die Maus. Ah, okay. So machst du das. Du bist ja ein Speer mit Qualität Kraft. Stirb! Löwe, stirb! Stirb! Da kann ich voll die Säule rausholen aus der Erde. Ja, Mann. Du kannst hier voll die Säule rausholen? Ja, ich hole jeden Tag eine Säule aus. Aber errichtet... Ne, Anhor errichtet einen Obelisken aus dem Boden, der jegliche Spielerbewegung blockiert und auch noch verlangsamt. Richtig geil. Ich will ich direkt mal ausprobieren. Wie ich sie am Locken bin. Aua. Er ist mal voll genutzt worden, ne? Wie du, oder was? Der hat auch den Typen, den ich hab. Nein, ich wurde gestunnt. Ich hab einen getötet. Und ich bin jetzt echt selbst tot. Ich muss doch mal weg. Ja, ich hab einen getötet. Ich auch. So, nice. Ich mach ein Vorwitz, Alter, ja. So, nice. Äh... Haha, zwei schon getötet. Der ist ja voll geil, der Typ. Wir müssen hier mal auf die Minions wieder achten. Oh, da reicht der Jungs. Mein Typ macht ja richtig Damage. Ich werd gleich durch die Minions getötet. Ich muss hier grad mal weg. Ich bin... Och, Mann! Die Minions haben mich down... Haben mich runtergemacht und dann... Och, ficken. Ja. Bin ich jetzt immer die einzigen, die mal auf die Minions gehen, oder was? Der Zorn. Ah, ich bin hier so nah. Na, der schleudert doch nicht. Ja, den hab ich noch gekriegt. Oh, leicht kommst du mir nicht davon. Der Typ ist gar nicht schlecht. Geben wir wieder kein Mana. Mein Mana geht's auch schnell leer. Merke ich grad. Aber trotzdem ist meiner ziemlich stark, muss ich sagen. Also... Ich hab Angst, dass ich im Endgame vielleicht ein bisschen hinterher hänge. Ich hab hier dann... ...physische Kraft 40. Warte, mach ich das wieder. Geh ich wieder auf rechts. Ach, der muss doch treffen. Wer hat hier eigentlich diese... ... diese Scheiße da immer platziert, hier diese... ... live. Aua. Erstmal retten. Hilfe Ah, Hilfe Mann Ah, unser Loki ist auch noch AFK Affe da So Ist echt AFK Ja, natürlich Wir haben Loki Ja, wir haben Loki Wir nutzen die trotzdem So, wer will was abhaben von meiner Ulti Ja, warte, warte, warte Ich versuch die Sähe zu halten Oh, ich bin gesigert Ja, wir haben ein Problem Bist du da gesprungen? Ja, ja Ach, jetzt bin ich hier Bin bei dir Ich habe ein Problem Ja So, meine Ulti habe ich noch Mana Kommt zurück, komm zurück, komm zurück Ich bin Kann nicht leider Ich lenke, versuch die abzulenken Okay, jetzt bin ich selbst Weil ich in so eine Scheißpflanze reingetreten bin Ich muss zurück, weil ich kann man immer haben Jetzt mal alle verlangsam So Okay Aufladen Kaufen Äh, 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 das hier Nein, 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 nein Oh, wie schon Oh, wie schon Oh, wie schon Das ist das Minions Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Scheiße Das war dumm Da habe ich jetzt nur den Gegner gesehen Oh, was ist denn Was ist denn mit dem Loki schon wieder los? Ist der ganz weg oder ist der Den werde ich direkt mal melden Ne, der, der hat Der ist, der ist geliebt Der ist geliebt Unser Loki Oh, Gott Ist der schlechte Gegner Ja, super, ne? Dass wir wieder Einen unterziehen Kriegst du den noch? Jetzt blockiere mich die Minions Ich könnte schreien Weil ich komme zu dir Ja, ich habe verlangsamt Okay, ich werde sterben Lauf du Ja Scheiße, ey Ähm, das hier war mal Und dann mal weitersehen Du merkst einfach, dass uns einer fehlt Ich kill die Leute Ja, sie sind so nicht Bam Ich habe sie auch gekillt Voll in Fein in die Fresse Ja, ich kann ihn Nice Das ist ein Champion da Hä? Das ist ein Champion Typen da Ja, ja Boah, kann ich nicht zurückporten Aber kein Mana mehr, ey Scheiße Bei dir Kriegen wir da Und ich kriege mir da Nicht immer dann Ja Nicht, wenn ihr sich supportet Achtung von rechts kommt Ach dann Da kommt einer Ja, ja, ja Ja, ich komme zu dir Ich habe halt einen hohen Einzelschaden Nein, hat mich erwischt Hat mich auch erwischt Hab's verlangsamt Ja, ich bin bis dann zweifach Ich muss raus Ich habe keinen Machen Ja, ja Ich habe auch keinen Mann Aber ich muss jetzt auch zurück Wollen wir was kaufen jetzt mal wieder Ähm Das hier So, bin wieder da Vorsicht hinter dir Ja, ja, ja Ich habe es gesehen Oder ich merke es gerade Ich komme zu dir Ich komme zu dir Fuck, jetzt bin ich selbst In so einer scheiß Falle getreten Mann Ich bin tot Ja, ich auch Das sind drei Die sind eigentlich so schlecht Die sind echt nicht gut Ja Also ich habe mir Das Schlimme vorgestellt Ja, aber uns fehlt halt einer Deswegen sind wir auch fünf Ja Meine macht halt voll krassen Schaden Ach Mann Ja, dieses Scheiß Und natürlich Verschwendet seine Ulti auf einen Ja, ich habe eben mein Leben verschwendet Ach, jetzt wurde ich schon wieder gestunnt Komm zurück, komm zurück Du bist alleine da vorne Komm zurück Ja, das habe ich auch Schön, schön Hast du gesehen, wie ich die weggeklatscht habe? Naja Nix Wieso ist die Alter, ich werde Was? Was? Diese Kugel da von der Die ist Die hat sich gest... Ja Ah, nice Oh, ich muss hier mal weg Das bin ich gleich tot Minions What? Oh, nein Das darf nicht wahr sein Was? Ich habe sie in den Turm reingeschleudert Das ist doch ein Schiss Was? Das ist niemals, hast du das gesehen? Ich bin gejumpt Nee, ich war hinten Kommt doch Hast du ihn, hast du ihn? Nee, 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 ich konnte Das standen so viele Leute drum herum Ah, ich Warte, ich komme zu dir Boah, da sind jetzt zwei Leute Alter, geh zurück, geh zurück Halt dich Wie ich nur, wie ich nur hatte Um den Scheiß, aber rumhüpfen bin Ich bin nicht so oft gestorben Hab ich auch nicht wirklich viel Manage gemacht Das Problem ist halt, dass die fünf sind Und wenn wir vier von denen töten Ist halt immer noch einer von denen übrig, ne? Ja Ah, immer diese Scheiß-Minions Oh, Mann Was ist, bin ich jetzt alleine Jetzt hier vor unserem Ding? Was ist denn das? Ich bin alleine vor unserem Tor Und werde von fünf Leuten gekillt Wie kann das denn sein? Ich kann auch nichts machen Ich werde auch gestunnt hier Komm, Ulti, Ulti, komm schon Boah, jetzt muss ich acht Sekunden warten Ach, den werde ich sowas von melden Und dann Loki Muss aber sowas von ausgehen Nein, dieses dumme Schwein da Ach Was war denn das jetzt? Ja, Kapitulation Warum haben wir denn aufgegeben? Ja, ich hab nicht aufgegeben Ich auch nicht Hä? Was macht, was macht das für einen Sinn? Ja, weiß ich nicht, wie dumme Sinn Wir haben unsere Atemis 0 zu 9 Aber warum Seit wann Kann man denn aufgeben Wenn nicht alle abgestimmt haben? Ja, was ist ich Keine Ahnung Wie Dabei habe ich dieses Spiel besser gespielt Das ist das letzte, finde ich Leute, erklärt mir das Schreibt mir das unten in die Kommentare Wie kann, wenn ihr euch mit dem Spiel auskennt Wie kann denn aufgegeben werden Wenn alle Ich kann doch nicht mal raus aus dem Menü jetzt gerade Ich kann auch nichts machen gerade Ich muss warten, bis anscheinend Diese Leistung aufgeben da abgelaufen ist Ich habe nichts gemacht Ich habe nichts gedrückt Das heißt, meine Stimme wurde noch nicht mal gewertet Ja, ich auch nicht Ich habe das gar nicht mitgekriegt Anscheinend sind unsere Stimmen weniger wert als die anderen Ja, obwohl wir besser waren Und, dann kommt noch hinzu Wenn wir beide nicht gewählt haben Nee, komm, ich kann nicht raus Ich kann nicht raus, ja Leute, dann muss ich jetzt hier das Game Ja, genau Trotzdem vielen Dank Jo